Musik Der Druckluftnagler 2PJ50SDS ist für Stauchkopfnägel, auch Bratz genannt, der Type J von 16-50 mm geeignet. Der Nagler besitzt serienmäßig eine Auslösesicherung und ein Seitenladermagazin. Er wird vor allem zum Anbringen von Leisten, wie Sockelleisten, Deckenleisten oder Glasleisten, aber auch für Polsterungen, Dekorationen, Bilderrahmen oder ähnliche Anwendungen genutzt. Prebena empfiehlt zum Gerät die sogenannte J-Box. Diese enthält 8000 J-Breads in vier verschiedenen Orten in Deutschland produziert. Musik 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 Musik